Hi, es ist der Opa, ich bin Absolut, hier in der Trading Post, ich nehme euch bzw. in der Alamo Trading Post, also der Trading Post ist ja im Santa Fe, die Alamo Trading Post, so heißt dieser Shop hier. Ich wollte euch mal was zeigen, die sind 3 Artikel, die kennt ihr auch eigentlich aus mittlerweile schon anderen Videos, weil die sind neu und die gibt es eigentlich in fast jedem Shop, weil die gehören zur neuen Kollektion und zwar sind das ganz süße Einzeltonnenfiguren, da gibt es 3 Stück von, einmal mit dem Mini raus, kostet 22 Euro, so, der Mini ist, ist Mickey nicht weit, steht hier drüber, das ist die Figur hier, der ist ja ein Pris, steht auch vorne drauf, ist so eine modifizierte Variante von einem Artikel, den es schon vor ein paar Jahren gab, und aus Mickey und Mini ist hier eigentlich, wie es mit dem Pris Aktuellen New Stitch angesagt, und auch von ihm gibt es hier ein Eiffelturmaufsteller. Richtig schweres Teil ist das, wie gesagt, 22 Euro, einmal Stitch, einmal Mini Maus, und unser aller, Mickey. So, es war noch ein kurzes Video, aber ich wollte euch das gerne mal gezeigt, da wollte ich ihn wirklich niedlich finden, ich mag auch den Stitch sehr gerne, der Stitch ist ja sehr angesagt im Disneyland aktuell, deswegen, kauft ihn nach meiner Empfehlung, auf jeden Fall. So, und ich würde jetzt sagen, das war es schon wieder mit einem kurzen Video, aus Disney's The Crocket Ranch, aus der Alamo Trading Post. Hier im Disney Series Super Ries, tschüss, bis zum nächsten Mal, Eure Super, tschau. Musik 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 Musik